Wir haben sie überstanden, die FED-Zinsentscheidung bzw. wir haben ja schon darüber gesprochen, es sind wohl wenige Zinsentscheidungen das Relevante gewesen, denn wenn wir ehrlich sind, das war ja schon vorherzusehen, aber natürlich die Aussagen rund um die FED und die haben wir ganz gut überstanden, nämlich auch aus bullischer Sicht, ich weiß, dass der eine oder andere sagt, das war aber so toll, war es jetzt doch nicht, der Kurs ist doch runter gegangen. Ja, das schon, aber wie ich finde, auf eine durchaus verträgliche Art und Weise. Warum verträgliche Art und Weise? Naja, es sieht ja ein bisschen danach aus, als ob das Ganze in irgendeiner Form einem Korrektivmuster folgt und dementsprechend ja nicht ganz so dramatisch ist. Wir hatten es schon angesprochen, naja, eigentlich müsste es durchaus mal zurückgehen ein bisschen in den verschiedenen Märkten und deshalb wäre das nicht schlimm, solange bestimmte Marken nicht durchstoßen sind. So, gucken wir uns mal an, was der DAX gekonnt hat, hier jetzt der DAX Future aktuell mal hier im 4-Stunden-Chart, dann sehen wir noch mal den Anstieg, relativ stark, sehr wackelig das Ganze runter und wir sehen, dass wir hier irgendwie dann doch so ein bisschen so eine wackelige Struktur immer wieder so ein bisschen hin und her haben und wir sehen, dass das, was wir hier aktuell sehen, das sieht schon sehr dreiwellig aus und wir wissen, dreiwellig ist ein klassisches Korrekturmuster. Jetzt ist der Kurs allerdings erst hier. Wir wissen ja noch nicht, ob das als nächstes passiert, völlig richtig, aber spätestens, wenn er diese Marke hier nach oben rausnimmt, haben wir beste Chancen, dass der Kurs nochmal ein gutes Stück weiter nach oben geht. Und für alle Freunde der Kerzentechnik, wir haben hier im 4-Stunden-Chart gerade etwas, was durchaus als eine Wendekerze durchgeht. Ein Hammer! Wir haben so etwas Ähnliches hier zum Beispiel, wir hatten so etwas Ähnliches hier, hier ist eine Wendekerze in die Abwärtsseite. Sehr häufig schließt sich anschließend, wenn das ganze Niveau gebrochen wird, dann eine Fortsetzung an. Also wir werden wohl in Kürze sehen, ob das Ganze hier ein Trigger nach oben reißt und das ist für einige durchaus erstmal als bullisches Zeichen zu werten und würde dafür sprechen, dass der Kurs tatsächlich weiter auf der Aufwärtsseite ist. Das heißt im Umkehrschluss allerdings auch, dass wir idealerweise hier nicht mehr drunter gehen und das gibt dem einen oder anderen eine Trading-Möglichkeit. Wenn wir doch schon sagen, naja, dieser Rhythmus ist da, dieses jetzt hier wieder wackele ich runter. Das passt doch einigermaßen. Wir sind auch konfliktfrei mit dieser Marke hier noch. Das ist ungefähr, also ziemlich exakt das Hoch vom 5. Juli. Juli ist gut. Das haben wir noch nicht da. Im Juno und das am Morgenchart. Also rund beim Future bei 16.138. Also diese Marken, solange das eben noch nicht unterschritten ist, ist die Welt noch in Ordnung. Das gibt uns eben entsprechend auch Möglichkeiten, das Ganze zu stoppen. Wer also sagt, komm, ich möchte die Fortsetzung gerne hier mitnehmen, der Aufwärtsseite, dann sind das alles valide Anzeichen dafür, dass der Markt im Moment bessere Chancen auf dem Weg nach oben hat. Allerdings, wenn wir die aktuelle 4-Stunden-Kerze nach unten durchstoßen bzw. das Juni, 5. Juni hoch, zwischenhoch hier reißen, das wären negative Indizien. Da würde ich vielleicht doch lieber erst noch mal gucken. Wer weiß, was er dann doch noch mal vorhat. Aber damit lässt sich sicherlich erst mal arbeiten. Und wenn man sagt, naja, das weiß ich nicht, ob ich das als Trading-Ansatz unbedingt nutzen will, dann könnt ihr auch sagen, naja, Trading-Ansatz vielleicht nicht unbedingt, aber als Filter. Das heißt, ich suche mir, solange ich über den genannten Marken bleibe, eher die Long-Seiten aus für entsprechende Geschichten und nicht so sehr irgendwas auf der Short-Seite. Im Kurzfristigen kann man natürlich immer noch mal gucken, ob das da vielleicht anders aussieht. Aber ihr seht schon, die Abwärtsseite, also diese Abwärtsbewegung, die wir hier hatten, wo habe ich den Knopf? Da haben wir den Knopf, da die Abwärtsseite, zack, hier Gegenbewegung, zack, jetzt hier wieder Gegenbewegung. Und der und der überschneiden die schon. Gucken wir genauer nach. Ja, sie überschneiden schon. Und damit scheint ein weiteres Indiz gegeben, dass das eher abwärts nicht die richtige Richtung ist, sondern die besseren Chancen im Moment auf dem Weg nach oben sind. Also das ist auf jeden Fall etwas, was Hoffnung verbreitet für das bullische Bild. So, gucken wir uns den Dow Jones an, wie der aussieht und gucken wir ruhig mal auch den 15-Minuten-Chart hier an. Können wir ja mal gucken, wie das in etwa aussieht hier. 15-Minuten-Chart machen wir mal ein bisschen größer. Ja, dann hatten wir einen Anstieg grundsätzlich mal bis, ich sage jetzt mal bis dahin, warum hast du das jetzt so gezeichnet? Das ist natürlich nicht ganz richtig. Aber ihr seht, das ist die kurze Bewegung quasi rund um die FED. Falls wir die mal draußen, machen wir mal ein Modellbeispiel, wir lassen die mal draußen. Dann haben wir einen korrektiven Rücksetzer gehabt. Wenn ihr nicht sicher seid, guckt es euch nochmal an. Ah, okay, die Gegenbewegungen sind überschneidend. Das sieht also korrektiv aus und wir haben im Anschluss, wenn wir Zwischenhochmarken, das war hier die letzte Tief, vorletzte Tief, die Zwischenhochmarke. Dann haben wir gute Voraussetzungen, dass wir das, was wir da haben, nochmal sehen. Das war quasi hier erreicht oder sogar noch mehr. Tatsächlich sind wir also sogar noch ein bisschen drüber geschossen aktuell. Jetzt muss man das natürlich ein bisschen auffassen, das einfach weglassen. Geht das denn? Ja, das ist tatsächlich fraglich. Man kann natürlich auch argumentieren, wenn man das richtig, Tiefpunkt war an dieser Stelle. Hochpunkt ist hier. Wenn wir diese Korrekturzone mal abwarten, dann wäre die Zielmarke quasi da. Entry, ein möglicher Entry Trigger hier an der Stelle und die Zielmarke eben hier. Also darüber kann man sich jetzt streiten. Streng genommen war der Kurs. Hier muss man das natürlich mit berücksichtigen, aber wer da sich nicht ganz so sicher ist, der kann natürlich überlegen, nehme ich vielleicht nur den und nehme dieses kurze, volatile Spiel aus den Märkten mal eben raus und bin da auf der etwas vorsichtigeren Seite. Wer das jetzt verpasst hat, muss sich nicht ärgern. Mir geht es da nicht darum, guck mal hier, wie toll den Trade hier. Das war jetzt der einzige der Once in a lifetime Trade. Nein, das ist es natürlich nicht. Es ist aber ein Trade, der symbolhaft dafür steht, dass wenn eine Seite sich sehr stark heraus arbeitet und die andere Seite sehr korrektiv aussieht, hier sogar noch ein tiefer, ein Schlenker, dann ist eine der einfachen Methoden, ihr guckt einfach mal, ist der Rücksetzer korrektiv? Das haben wir gerade schon getestet. Ist er tief genug, das heißt vom tiefsten zum höchsten Punkt, idealerweise sollte das so in dieses Ding hier reinfallen, darf ein bisschen tiefer, hier hat er ein bisschen nach unten über oder in dem Fall untertrieben sozusagen, also nach unten übertrieben hin. Das kann man dann sagen, okay, solange es nicht für uns gilt zumindest mal die Marke, die 78er Marke nicht durchstößt hier, ist es für mich immer noch gut für die Longseite. So, wer jetzt sagt, ah, schade, den habe ich jetzt verpasst, macht euch nichts draus. Wenn ihr diese Systematik ein bisschen mit den Augen trainiert, dass ihr sagt, ja, im Nachhinein sehe ich die immer schon, dann werdet ihr anfangen, sie immer früher zu sehen, dass ihr irgendwann anfangt und sagt, ist das nicht hier irgendwie was Korrektives, nachdem wir relativ stark nach oben gelaufen sind? Ja, also dann kriegt man ein bisschen ein Auge dafür. Das klappt leider nicht immer, aber die Chancen sind relativ gut, dass wann immer ihr es seht, es eine ganz gute Trading Gelegenheit gibt. Wir hatten das im Größeren schon besprochen, deshalb will ich das jetzt nicht noch mal extrem breit reden. Der starke Anstieg, der sehr wackelige Rücksetzer, das zwischenhoch als ein Long Trigger, also das Ganze geht nicht nur im Kleinen hier im Viertelstunden Chart oder noch kleiner, wenn ihr wollt. Das geht natürlich auch auf den größeren Zeitebene. Eigentlich warte ich allerdings immer noch auf den Rücksetzer, à la nach diesem großen Anstieg, dass wir jetzt hier mal runter gehen, der steht noch aus. Vielleicht kommt das noch ein bisschen später, aber früher oder später wird dieser Rücksetzer kommen. Ich hatte gestern sehr intensiv darüber gesprochen, deshalb wollen wir es jetzt nicht noch mal ganz in epischer Breite erzählen. Aber damit müsst ihr rechnen. Das heißt, wenn ihr sagt, das will ich nicht aussitzen, engere Stops. Ja, also da orientiert ihr euch dann an den Stopp-Marken ein bisschen enger. Wenn ihr sagt, nee, das will ich wohl aussitzen, das ist in Ordnung, dann merkt euch tiefster Punkt, höchster Punkt ist im Moment noch der, vielleicht kriegen wir nachher noch ein bisschen höheren Punkt. Ja, dann müsst ihr es natürlich anpassen, aber dann müsst ihr damit rechnen, dass der Rücksetzer hierhin erfolgt, so ähnlich wie wir das hier haben, also entsprechend dann die Stopp-Marken unter die blaue Kiste und wir haben ja gesehen, hier war es auch ein bisschen tiefer, also zum Beispiel 33.050 habe ich jetzt hier beim Septemberkontrakt als Möglichkeit. Wenn ihr es aussitzen wollt, das heißt nicht rausfliegen wollt, um später dann die Erwartungshaltung, es geht weiter hoch, dann eben mitzunehmen, dann erinnert euch, ich habe gesagt, das ist meine steile These, aber die Chancen für 38.000 plus x ist relativ hoch, mit kleinen Umwegen vielleicht, aber mehr oder weniger auf dem Weg nach oben. Meine Erwartungshaltung zumindest mal und aktuell scheint sich das ja zu bestätigen. Hier seht ihr übrigens, dass beim S&P das ähnlich ist, aber beim S&P fand ich das nicht so deutlich, gerade mit den Überschneidungen und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis. Ich suche mir dann den Titel raus, wo ich es gut erkennen kann und nicht die Titel, wo ich sage, boah, wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, was das sein soll. Also viele legen sich ja fest und sagen, nein, ich handel nur den DAX oder nur den was weiß ich was. Überlegt euch, dass ihr euch nicht zu einseitig festlegt auf einen Markt, sondern dass ihr sagt, ich nehme den, der am schönsten ist vom Muster und hier ist das Korrekturmuster ein bisschen weniger deutlich zu erkennen. Es ist zwar flacher als die Aufwärtsseite, darf nicht vergessen, es war ja auch Nachthandel, aber ich habe hier auch nicht so schön die Trigger. Natürlich habe ich hier hinten so einen Trigger, aber da haben wir dann nicht so viel Überlappung, weshalb ich da mich nicht getraut hätte. Der Dow Jones allerdings, Entschuldigung, der Dow Jones allerdings, der sah entsprechend gut aus. Ansonsten gibt es hier auch nur zu sagen, im Moment die Aufwärtsrichtung, allerdings rechnet damit, dass früher oder später ähnlich wie das, was wir beim Dow eben gesagt haben, eine Korrektur kommt. Hier sehe ich es nur nicht so schön. Beim Dow würde das ja vom Zyklus passen. Ihr erinnert euch, fünf Welle hoch hatten wir schon. Ich hatte es eben eingezeichnet hier in dem unteren Bild. Das fehlt jetzt hier so ein bisschen, dass ich mich orientieren kann, wo. Aber ich sage mal so, so langsam, aber sicher, Rücksetzer in dieser Größe, in dieser Größe, notfalls auch in dieser Größe, die solltet ihr mit einkalkulieren und da könnt ihr im Zweifelsfall einfach sagen, okay, dann mache ich doch mal so eine Zeichnung vom dann höchsten Punkt. Das macht jetzt noch nicht so viel Sinn, weil der Kurs ja noch steigt. Aber nehmen wir mal an, der Kurs fängt an, ein bisschen zu drehen. Dann könnt ihr gucken, okay, diese Marke, das ist wohl zu klein, weil diese Korrektur hier, das passt ja schon fast mit dem Knubbel, den wir hier haben. Also brauchen wir jetzt eine Nummer größer. Ja, eine Nummer größer, das sieht so nach aus nach dieser Variante hier. Entweder von hier oder von da. Da kann man sich jetzt eine Stunde streiten, macht aber punktmäßig kaum Unterschied. Das heißt, das wären Rücksetzer, die ungefähr das, die ungefähr das hier wieder spiegeln. Und die nächste Größe wäre dann die Rücksetzer-Geschichte, die wir hier hatten, die uns dann irgendwo hierhin führt. Und man kann natürlich noch mal gucken, ob man dann vielleicht irgendwie mit Fibonacci arbeiten kann. Tiefste Punkt, höchste Punkt. Dann hatten wir hier die 23,6, hier die 38,20. Also ich haue mal Nagel in die Wand für den Fall. Das ist jetzt nicht eine Ankündigung, dass das passiert, denn ich sehe hier ja noch null Ambitionen, dass er dreht. Aber nehmen wir mal an, ich will euch das Verfahren zeigen, weil im Moment kann ich also sagen, im schlimmsten Fall ziehe ich eng den Stopp hier drunter, also hier drunter, weil das sollte er idealerweise im engeren Fall überleben oder im weiteren Fall hier drunter. Das heißt, wenn ihr nicht so häufig rein und raus, dann müsstet ihr wahrscheinlich mit solchen Rücksetzern wohl leben und die eben mit einkalkulieren. So ein bisschen von der Größenordnung, ich habe es eben schon gesagt, das sieht so aus, da ist diese Pause, da ist diese Pause, das passt so ein bisschen. Jetzt wäre eigentlich eher diese Pause wieder dran, sprich die obere Box. Also das ist ja häufig so, dass diese so ein bisschen aufgegliedert sind in dieses fünfwellige Verhalten und dann sind ähnliche immer im Zweierpack sozusagen. Jetzt haben wir den und den. Das heißt, jetzt wäre eigentlich idealerweise der und der wieder dran. Leider ist die Welt nicht immer ideal, aber es gibt uns die Möglichkeit, uns ein bisschen zu orientieren und wenn es darum geht, ja wo setze ich denn den Stopp hin? Ich könnte jetzt raten oder irgendwelche Knochen in die Luft werfen. Das ist aber etwas, wo ich sage, naja, da habe ich wenigstens ein bisschen die Chance, dass das aufgrund von immer wieder auftretenden Symmetrien im Markt eine relativ, eine relative Verbesserung, ich sage das bewusst so vorsichtig, das ist bei weitem nicht so, dass das jetzt per excellence, also besser kann man es nicht machen, aber es gibt mir die etwas verbesserten Chancen, dass ich die Sachen überlebe oder eben dann entsprechend sehe, wenn der Markt da durchgeht, dann steuern wir wahrscheinlich die nächste Größenordnung wieder an. Also durchaus rational sinnvoll, diese Verhaltensweisen hier an den Tag zu legen. So, gucken wir zum Abschluss noch mal an, was dann der Nasdaq macht. Nasdaq ebenfalls eigentlich ganz gut auf dem Weg nach oben, kann man eigentlich nicht großartig anders was sagen. Wir sehen auf allen Zeitebenen, ja, es sieht weiter nach oben aus. Auch hier gilt dieses Rücksetzungsgebot. Es wäre jetzt eigentlich mal irgendwie an der Zeit, mal wieder ein bisschen was Größeres zu sehen. Also nicht jetzt riesig groß, aber so ein bisschen in diesen Größenordnungen zur Not, auch in dieser Größenordnung. Ihr könnt das ähnlich anzeichnen. Dann seht ihr so ungefähr 14.570 oder 13.975. Das wären so die ähnlichen Größen, wenn das entsprechend dieser Art passiert. Alle Rücksetzer in dieser Größenordnung scheinen mir auch im bullischen Markt ganz normal und erwartungsgemäß und kein Killer für die Aufwärtsseite. Also alles gut für die Aufwärtsseite. Ich drücke euch die Daumen, dass egal, ob ihr Long oder Short geht, auf welcher Zeit eben auch immer, ihr die besten Ergebnisse rausholt. Ich drücke euch dafür die Daumen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.